b. Die angemessene Haltung des Lehrers bei der didaktischen Interpretation ist Öffnung und Entfaltung der Sache, mit dem Ziel, ihre Vermittlungsqualitäten freizusetzen. Didaktisches Vermitteln muss sich gleichsam selbst verleugnen und hinter den Sachanspruch zurücktreten. Didaktische Vermittlung soll die Vermittlung von Verstehen durch die Sache selbst nur artikulieren. c. Ziel der didaktischen Interpretation ist es, den Schüler zu selbstständigem Verstehen und Verhalten gegenüber den unverkürzten Sachen zu befähigen. Die Behandlung von Sachen in der Schule darf deshalb nicht anders geartet sein als der normale Umgang mit ihnen. Schüler sollen ja nicht lernen, wie man pädagogisch mit Gegenständen umgeht, sondern wie man zu einer Auseinandersetzung gelangt, die im oben formulierten Sinne Verstehensmöglichkeiten vermittelt. Indem hier die Vermittlungsqualitäten der Sachen selbst betont und die didaktische Vermittlung als eine helfende Instanz relativiert wird, soll auf die schädliche Trennung in einen musikpädagogischen Umgang mit Musik in der Schule und in einen andersartigen Umgang mit Musik im gewöhnlichen Leben hingewiesen werden. Gerade die Musikerziehung erliegt häufig der Gefahr, Musik in der Schule ghettoartig von Musik im Leben zu trennen.